Jetzt gibt es noch eine weitere Variante von 4 Gewinnt. Dazu benötigt man diese tollen Aufkleber und muss jeweils 4 gelbe und 4 rote Steine vorher präparieren. Und zwar wie folgt. Man muss jetzt die jeweiligen Aufkleber, die gleichen Aufkleber, auf einen Chip kleben. Jeweils von vorne und hinten, damit er eindeutig markiert ist. Im normalen Spiel bleibt er einfach ein ganz normaler Chip. Beim Power-Up aber bekommt er dadurch eine neue Bedeutung. Also man kann dann nach wie vor 4 Gewinnt ganz normal weiterspielen. Ignoriert einfach die Aufkleber auf den Chips. Es gibt einmal eine Mauer. Dann gibt es eine Bombe. Dann gibt es einen Amboss. Und dann gibt es zu guter Letzt noch den Mal-2-Chip. Hier habe ich 4 und die werden mit diesen Aufklebern beklebt. So, fertig. So, das ist die Ausgangssituation des Spiels. Die Spezialchips, die werden ebenfalls aufbewahrt, sodass jeder Spieler sie jederzeit spielen kann, wenn es gerade nötig ist. Die Abrisskugel oder die Bombe, die kann man einsetzen, kann einen gegnerischen Spielchip aus der unteren Reihe auswählen, den man herausploppen darf, um dann vielleicht eher zum Erfolg zu kommen. Wenn du den Amboss-Chip einsetzt, dann ploppst du alle darunterliegenden Spielchips nacheinander heraus, sodass schließlich der Amboss-Chip ganz unten liegt und ganz unten in der Rasterwand steckt. Also dann im Prinzip hier. Den Mauerschip, den kann man dann so einsetzen, um gleich darauf nochmal einen normalen Chip einwerfen zu können. Also man kriegt dann den normalen Chip durch diesen Mauerschip einen Rasterpunkt höher. Den 2x-Chip. Spiele dann 2x-Chip aus, um gleich darauf noch einmal einen normalen Spielchip einzuwerfen. In diesem Spielzug zählt jeder Chip. Und wie gesagt, bei den Power-Up-Chips handelt es sich um ganz normale Chips, die eben auch eine 5er, eine 4er-Reihe mitbilden dürfen. So, wir probieren das mal aus. Der gelbe fängt an. Rot-Gelb-Rot-Gelb-Rot-Gelb-Gelb-Gelb. Den Amboss-Chip einsetzen und alle darunterliegenden wegploppen. Und dann passiert folgendes. Er hat gewonnen. Das wäre jetzt ein Beispiel. Oder aber man hätte vielleicht so eine Reihe. Und mithilfe des Mauerschips hier könnte man jetzt so werfen, um gleich darauf hier noch einen einzuwerfen. Dann hätte der gelbe eine 4er-Reihe dank des Mauerschips. Oder auch, man darf vielleicht zweimal werfen, indem man jetzt den, in dem es vielleicht schon so aussieht. Der gelbe ist hier nochmal dazwischen. Und wenn jetzt der Spieler mit den roten Chips seinen zweimal-Chip ausspielt, dann darf er den werfen und gleich darauf noch einen und hätte wieder eine 4er-Reihe. Ja, so einfach geht das. Bei der Abrissbirne, das kann man nochmal zeigen, da passiert folgendes. Werfe ich die hier rein, kann ich alle Chips rausfloppen bis zur Abrissbirne. Und habe hier wieder eine 4er-Reihe. Das war Power-Up. 4 gewinnt Power-Up. So, zum Abschluss kann man nochmal sagen, was ganz populös ist an diesem Spiel von MB ist, dass es hier eben eine Schiene gibt, die man oben draufsetzen kann. Und die verhindert dann sozusagen, wenn man das Spiel umdreht, dass es rausfällt. So, zum Abschluss kann man sagen, was ganz populös ist. So, zum Abschluss kann man sagen, was ganz populös ist.